Moin Moin, ich begrüße Dich herzlich zu meinem YouTube-Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass Du Dir ein Video von mir anschaust. Das Thema des Videos lautet Vorschub beim Schlichten bei gegebenem Eckenradius und erzielbarem RZ-Berechnen bzw. mit Tabellenbuch ermitteln. Es ist Video 5 der Reihe zum Thema Oberflächengüte. Suchst Du hierzu das Aufgabenblatt, dann siehe bitte in die Videobeschreibung. Dort findest Du einen Link, der Dich zu meiner Homepage führt, wo Du Dir kostenlos das Aufgabenblatt herunterladen kannst. Aufgabe. Ein Absatzdurchmesser 24F7x40 mm eines Werkstücks soll nach der Vorbearbeitung durch Längsrunddrehen mit einer Wendeschneidplatte mit einem Eckenradius von 0,8 mm geschlichtet werden. Um die Oberflächengütenanforderungen von RZ gleich 10 Mikrometer zu erzielen, wird der Absatz geschlichtet. Berechne und ermittle den Vorschub mit einem Tabellenbuch. Beginnen wir mit der Berechnung des Vorschubs, klein f. Zu Beginn schreibe ich mir raus, was gegeben ist. Eine Wendeschneidplatte mit einem Eckenradius R-Epsilon von 0,8 mm, RZ gleich 10 Mikrometer, längsrunddrehen, schlichten. Gesucht ist der Vorschub, klein f, in Millimeter. Schauen wir uns die Lösung an. Wenn du z.B. im Tabellenbuch Metall Verlag Europa Lehrmittel 48. Auflage im Sachwortverzeichnis unter Drehen guckst, findest du dort Drehen, Rautiefe auf Seite 476 und dort steht geschrieben, du sollst die Seite 323 aufschlagen. Ja und auf Seite 323, da finden wir die folgende Formel. RTH, die theoretische Rautiefe, ist gleich der Vorschub zum Quadrat auf dem Bruchstrich und unterm Bruchstrich steht 8 mal dem Eckenradius R-Epsilon. Es gilt gemäß der eben genannten Seite, und zwar Seite 323, dass die theoretische Rautiefe annähernd RZ ist. Also setze ich für RTH RZ ein. Und dann steht hier, RZ ist gleich auf dem Bruchstrich F zum Quadrat unterm Bruchstrich 8 mal R-Epsilon. Ja, ich will ja den Vorschub haben, klein f, also muss ich diese Formel jetzt nach F umstellen. Deswegen habe ich geschrieben, umstellen nach F. Da R-Epsilon im Nenner steht, hier steht ja F Quadrat geteilt durch R-Epsilon, muss ich also die entgegengesetzte Rechenoperation verwenden und mal rechnen, um R-Epsilon auf die andere Seite zu bekommen. Also rechne ich mal R-Epsilon, also mal dem Eckenradius. Das ergibt dann RZ mal R-Epsilon ist gleich F zum Quadrat geteilt durch 8. Ja, geteilt durch 8, das heißt, ich will ja F haben, das heißt, ich muss die 8 auf die andere Seite bringen. Und deswegen muss ich jetzt mal 8 rechnen. Das ergibt dann RZ mal R-Epsilon mal 8 ist gleich F zum Quadrat. Da es eine Gleichung ist, darf ich das, was links steht vom Gleichheitszeichen, mit dem, was rechts steht vom Gleichheitszeichen, tauschen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich will aber ja F haben, da hier F Quadrat steht, muss ich entsprechend die entgegensetzte Rechenoperation verwenden und die Quadratwurzel ziehen, um an F zu kommen. Durch das Quadratwurzel ziehen wird aus F Quadrat F und rechts vom Gleichheitszeichen steht dann die Quadratwurzel aus RZ mal R-Epsilon mal 8. Ich habe hier nochmal die Quadratwurzel angedeutet, indem ich hier die kleine 2 auf das Wurzelzeichen geschrieben habe. Die darfst du natürlich auch gerne weglassen. Im nächsten Schritt setze ich jetzt RZ, R-Epsilon in diese Gleichung ein. Das ergibt dann F ist gleich die Quadratwurzel aus 10 Mikrometer mal 0,8 Millimeter mal 8. Ich möchte nachher den Vorschub in Millimeter haben. Dafür ist es wichtig, die Mikrometer, die wir hier stehen haben, in Millimeter umzuwandeln. Ich habe hier nochmal hingeschrieben, 1 Mikrometer ist gleich 1 tausendstel Millimeter. Diesen Zusammenhang kannst du auch aus einem Tabellenbuch entnehmen. Ich muss also die 10 Mikrometer durch 1000 rechnen, um auf Millimeter zu kommen. Das ergibt dann F ist gleich die Quadratwurzel aus 0,01 Millimeter mal 0,8 Millimeter mal 8, weil ich habe ja die 10 Mikrometer durch 1000 geteilt. Im nächsten Schritt schreibe ich für Millimeter mal Millimeter unter dem Wurzelzeichen Quadratmillimeter. Das ergibt dann F ist gleich die Quadratwurzel aus 0,01 mal 0,8 mal 8 Quadratmillimeter. Jetzt rechne ich im nächsten Schritt erst einmal 0,01 mal 0,8 mal 8 aus. 0,01 mal 0,8 mal 8 ergibt 0,064. Zusätzlich steht natürlich unter der Wurzel noch das Quadratmillimeter. Wenn ich jetzt die Quadratwurzel aus 0,064 Quadratmillimeter ziehe, dann muss ich sowohl aus den 0,064 die Quadratwurzel ziehen, als auch aus den Quadratmillimeter. Diesen Zwischenschritt habe ich jetzt hier nochmal hingeschrieben. f ist gleich die Quadratwurzel aus 0,064 mal die Quadratwurzel aus Quadratmillimeter. Jetzt nehme ich mir einen Taschenrechner und ziehe die Quadratwurzel aus 0,064. Dann kommt da raus, f ist ungefähr 0,25298. Und dann muss ich natürlich noch aus Quadratmillimeter die Wurzel ziehen. Ja und da ich die Quadratwurzel aus Quadratmillimeter ziehe, hebt sich die Quadratwurzel gegen das Quadrat am Millimeter auf. Das heißt, es bleibt Millimeter übrig. Deswegen kommt dann raus ungefähr 0,25298 Millimeter. So und wir wollen natürlich jetzt hier auf die zweite Stelle nach dem Komma runden. Und da hier an der dritten Stelle eine 2 steht, also eine Zahl, die kleiner ist als 5, muss ich abrunden. Und deswegen sage ich, das ist ungefähr 0,25 Millimeter. Der Vorschub beträgt also ungefähr 0,25 Millimeter. Kommen wir nun zur Ermittlung des Vorschubes, klein f, mit einem Tabellenbuch. Gegeben ist wieder das wie eben, eine Wendeschneidplatte mit einem Eckenradius, der Epsilon von 0,8 Millimeter. Ein RZ von 10 Mikrometer soll ja erzielt werden. Längs rund drehen ist das Drehverfahren. Es wird geschlichtet, also schlichten. Gesucht ist der Vorschub, klein f, in Millimeter. Kommen wir nun zur Lösung. Dafür schlagen wir wieder dieselbe Seite auf, die wir eben schon hatten. Und zwar im Tabellenbuch Metall Verlag Europa Lehrmittel, 48. Auflage, Seite 323. Dies ist nun die entsprechende Seite. Hier oben sehen wir auch die Formel, mit der wir eben gearbeitet haben. Auch das RTH annähernd RZ ist. So und hier diese Tabelle, die nutzen wir jetzt. Wir haben hier ganz links die theoretische Rautiefe, die ja annähernd bei einem RZ entspricht, in Mikrometer. Wir haben 10 Mikrometer gegeben. Die sollen ja erreicht werden durch das Schlichten. Ebenso haben wir einen Eckenradius Rε in Millimeter gegeben, für die Wendeschneidplatte. Der soll 0,8 Millimeter sein. Und hier weiß unterlegt, ist der Vorschub jeweils in Millimeter, in Abhängigkeit vom Eckenradius und von der Rautiefe. Also muss ich jetzt von Rε runtergehen und von der Rautiefe gehe ich hier so quer rüber. Und da, wo sich die Pfeile treffen, dort habe ich dann den entsprechenden Wert für meinen Vorschub in Millimeter. Und der beträgt 0,25 Millimeter. Wir haben gesehen, egal ob ich jetzt die Formel nehme oder die Tabelle im Tabellenbuch, wir kommen annähernd auf den gleichen Vorschub, klein f, und zwar auf 0,25 Millimeter. Nun noch der Antwortsatz. Antwort, um mit einer Wendeschneidplatte mit einem Eckenradius von 0,8 Millimeter eine Oberflächengüte mit einem RZ von 10 Mikrometer zu erzielen, ist ein Vorschub, klein f, von 0,25 Millimeter zu wählen. Ich bedanke mich beim Verlag Europa Lehrmittel, die Seite 323 des Tabellenbuch Metall 48. Auflage vollständig oder teilweise abfilmen zu dürfen. Das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ja, und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann würde ich es mich freuen, wenn du das Video likest. Und solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.